Hallo und willkommen zu Bobbys Bass hier bei HohetodeTV. Heute schauen wir uns die Lockrische Skala an. Wie auch bei den zuletzt gezeigten Übungen, nehmen wir als Basis wieder unsere C-Dur-Skala. Und die Lockrische Skala ist quasi die letzte im Bunde und wird auf der siebten Stufe gespielt. Wie finde ich die Lockrische Skala? Das schauen wir uns jetzt einfach jetzt an. Als Basis wieder unsere C-Dur-Tonleiter. C. D. E. F. G. A. H. C. Ich hatte erwähnt, Lockrische fängt auf dem siebten Ton quasi an. Das heißt, ich benutze die Töne von C-Dur. Allerdings fange sie nicht mit C an, sondern mit dem siebten Ton. Das wäre in diesem Fall C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wir fangen die Skala auf unserem H an. Dazu spiele ich im zweiten Bund auf der A-Seite mit dem ersten Finger mein H. Gefolgt vom C im dritten Bund auf unserer A-Seite gegriffen mit dem zweiten Finger. Unser D greife ich im fünften Bund auf der A-Seite mit dem kleinen Finger. Dann wechseln wir die Seite, wir gehen auf die D-Seite, greifen im zweiten Bund mit unserem ersten Finger unser E. Dann kommt das F. Dieses greifen wir mit dem zweiten Finger im dritten Bund auf unserer D-Seite. Unser G wiederum im fünften Bund mit dem kleinen Finger auf der D-Seite. Nun wechseln wir wieder die Seite. Mit dem ersten Finger im zweiten Bund haben wir unser A und zu guter Letzt unser H gegriffen mit dem dritten Finger im vierten Bund. Und die Skala nochmal im Zusammenhang. H, C, D, E, F, G, A, H. Was macht der Charakter dieser Skala aus? Zum einen sind es wieder die Halbtonschritte. Wo sitzen die? In diesem Fall zwischen dem ersten und zweiten Ton. Zwischen dem vierten und fünften Ton. Nochmal, um den Klang sich einzuprägen. Wie immer könnt ihr euch das Notenblatt und auch die Tabellatur bei dem besagten Link runterladen hier bei Hohetode.tv. Eine kleine Übung ist auch noch aufgeschrieben. Wir spielen wieder halbe Noten. Dazu benutzen wir unser Metronom. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Bis zum nächsten Mal. So, das war es heute bei Bobbys Pass mit der logischen Skala. Viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns zunächst. Bis dahin. Tschüss, euer Ralf-Bobby-Bob.